Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal die Graugans über die letzten Tage filmen können und diese Aufnahmen möchte ich euch jetzt einmal weitergeben. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und damit rein ins Video. In diesem Video möchte ich euch außerdem noch eine kleine Herausforderung beibringen oder stellen. Und zwar hört mal genau hin und schreibt mir in die Kommentare, welche Vogelrufe und auch Gesänge ihr in diesem Video im Hintergrund noch hören könnt. Jetzt zurück zur Graugans. Die Graugans ist ungefähr 74 bis 84 cm groß und ist relativ anspruchslos von ihrem Habitat. Sie brütet gerne auf Inseln, in Schilfgebieten von Seen, aber auch Parkteiche werden angenommen. Hier, wo diese Aufnahmen entstanden sind in Baden-Württemberg, brütet sie auch. Allerdings konnte ich keine gescheiten Aufnahmen von den Jungen machen, weil die dann doch relativ weit außerhalb von meiner Kamerareichweite rumgeschwommen sind. Hier brüten sie dann auf dem See, sind dann aber tagsüber viel auf den Wiesen drumherum und auf den Feldern drumherum unterwegs. Dort gibt es natürlich einiges an Fressen. Der Nachteil dabei ist natürlich, dass die Gänse, die ja Füße mit Schwimmhäuten haben, nicht optimal für die nassen Felder ausgerüstet sind und somit bleibt viel Dreck an den Füßen hängen. Und das sieht man hier in dieser Aufnahme auch, dass die eine Gans sehr damit zu kämpfen hat. Die Graugans ist die Stammform der Hausgans. Das wäre vielleicht noch ganz wichtig zu sagen. Genauso wie die Stockente die Stammform der Hausente ist. Und das war es auch schon wieder von meinem Input. Ihr könnt jetzt noch die letzten Aufnahmen euch ansehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin! Bis dahin!